Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde De-Infected mit dem Voucher, mit dem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Was angeschrieben ist, wird Pflicht. Auf die Bude, fertig, los. Ich habe Materialien besorgt. Ich möchte heute das, was wir jetzt hier oben sehen, schon ein bisschen ausbauen. Ich möchte einfach mal das Gefühl dafür bekommen, wenn ich eine doppelte Brücke rüberziehe, wie das aussehen würde. So, ihr seht, die Lager sind voll und nicht nur die Lager, sondern es gibt auch drei neue Lager, die voll sind. Und hier sind Bretter drin. Ich mache gleich hell. Hier sind auch Bretter drin. Jetzt gehen wir erstmal unseren üblichen Routineweg, den wir brauchen, um innerlich ausgeglichen zu sein. Ein Schläfchen im Gewächshaus bei ungerechnet 70 Grad. Wobei nachts kühlt es auch bei... Oh, nehmless. Was die halbe Nacht unterwegs Holz holen. Komm mal, volle Energie. Bäm. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen in meinem Paradies. Naja, der ist nicht mehr ganz frisch, aber es geht noch. Also, wir... Oh, das Speckstückle ist noch da. Speckstückle. Ihmchen. 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 Und Ihmchen. Und ich haue mir das alles rein. Haben wir noch Wasser? Naja, es war nicht allzu viel. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Ansonsten natürlich, Ihmchen machen wir heute auffertig. Zehn Bretter. Eisenbarren zwei. Kupferbarren zwei. Würde ich sagen, Eisen. Kupfer. Schon mal reingeballert. Denn wir machen uns heute auch das bessere Werkzeug. Zehn Nägel. Die Frage wird es sein, und die Kisten muss ich sortieren. Das würde ich ja heute gerne noch mit reinnehmen. Aber nicht so, dass wir jetzt 20 Minuten sortieren, sondern mit einer Dealblende oder so. Vielleicht machen wir eine kleine Dealblende, wie ich die Kisten aufstelle oder sowas. So, es fehlen noch zehn Bretter. Die sind natürlich unten. Ich muss aber ganz kurz an unseren Wasserdruck. Und Nameless war mal wieder ein... Also er ist also, muss ich sagen, vor dem Herrn ein Vorbereiter geworden. Huch. Lichtlevel und so ist alles noch gut. Also heute haben wir nicht unbedingt hier eine fette Action am Start. Außer halt die, die wir selber fabrizieren. So, wir schöpfen sauberes. Wir geben schmutziges. So, ich muss da gleich einen Stick reinkickern. Ah ja, und die zehn Bretter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Damit sind wir in der Lage, die verbesserte Werkbank zu bauen. Und hoffentlich auch unser... Haben wir den Schleifbock eigentlich gebaut oder nur angezeichnet? Da muss ich mich gleich mal umdrehen und gucken. Ein Stickle. Ein Stickle bringt uns Klickle. So, das läuft. Au ja, da fehlen auch mechanische Teile. Haufen Zeug braucht man da jetzt dann bald. Na egal. Ich muss ja nicht gleich reparieren. Die heben erst mal eine Weile. Willkommen in der verbesserten Werkbank. So, jetzt brauchen wir einen... Die Eisenspitzhacke wollen wir, ne? Eisenspitzhackenkopf brauchen wir. Zwei Eisenbarren. Und drei Eisenbarren. Also fünf Stück gesamt. Eins, zwei, drei. Scheiße! Scheiße! Ich dachte, da wäre noch mehr drin. Okay, lieber Lichtlevel. Willkommen zurück im Paradies. Müssen wir gleich ran. Müssen wir gleich ran. Äh, sollten wir vielleicht... Haja gut, Material ist da. Ich brauche aber noch einen kurzen Moment. Beziehungsweise. Wir könnten... Die besser... Ne, oder? Erzähl mir jetzt nicht. Am Amboss muss ich das machen. Junge, Junge. Hier, Eisenspitzhackenkopf. Eisenkopf. Das ist auch neu jetzt hier, ne? Das ist auch neu. Das ist ja richtig cool jetzt. Das wird immer besser. Das wird ja immer besser. Aber, weißt du? Ein Stick dann nur. Ein Stick brauchst du nur. Ich nehme gleich mal noch einen zweiten mit, weil früher oder später werden wir auch dieses Teil haben. So, Leute. Der Anfang ist getan. Altes Werkzeug. Lassen wir dann natürlich hier unten. Schawüppelchen, Katzüppelchen. Wir sind wieder da. In unserem kleinen Paradies. Eisenachst. Zücke sie. Wämsle. Sehr, sehr geil. Okay, jetzt heißt es für uns einmal hier lichtleveltechnisch ein bisschen die Augen aufhalten. Wie bekomme ich am allerschnellsten? Habe ich denn noch überhaupt? Jo, guck mal. Da sind sie doch, die Barren, die wir noch brauchen. Den nehme ich auch schon mal mit rüber. Dann würde ich die Nägel hier zurückschmeißen. Die habe ich nämlich hier eingelagert. Zwei Stück sind es schon mal. Ziehe jetzt alles raus. Zwei Stück rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Acht. So, meine Lärm. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zweimal die. Leben ist schön. Aluminium. Sollen wir die Dinge heute auch noch ausräumen oben? Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir fangen mal mit folgendem an. Zaun. Die Zaunelemente brauchen jeweils zwei Holzscheit. Dann würde ich behaupten, werden wir mal einen Wagen reinhauen oben. Ah ja. Die Kreissäge würde ich schon gerne bauen, aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass der Schleifbock ja auch mechanische Teile braucht und so. Das weiß ich noch nicht genau. So, guck dir das an. Bam. 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 Genau davon habe ich geträumt. Als ich hier angefahren bin gestern, war das der Moment, wo mir klar war, wir müssen da heute mal richtig, richtig Material reinhauen. Warte, einer ist noch. Zack. Sehe ich es gerade. Geschöpft habe ich es. Ah. Tja, da werden wir wahrscheinlich aber auch eine Rampe brauchen, dass ich hier eben diesen schnellen Weg weiter nutzen kann. So, oder ich, ja gut, irgendwann ist es ja gebaut. Weiß ich noch nicht, aber so eine Direktrampe hoch kann schon sein, je nachdem, wie sich es designtechnisch jetzt gleich dann ergibt. Wie sich es gliedert. Die brauchen auch zwei hier, die Dinger. Gut, dass ich es doppelt gesetzt habe. Aber es sieht halt irgendwie cool aus, wenn es ein bisschen stabiler wirkt. Guckt ihr das an, wenn man Mats hat, ne? Wenn man Mats hat, Leute, geht's. Und schon nimmt das ganze Ding vor, man. Das Schöne ist halt, in der Zeit kann hier das Zeugs durchplätschern. Den mache ich natürlich gleich rein. Ich würde sagen, eine Fuhre machen wir noch. Das hält der Lichtlevel aus. Jetzt habe ich einen vergessen. Yeah. Ballern wir den auch noch rein. Dann haben wir diese zwei Eisenbahnen. die Spitzhacke war es. Der Spitzhackenkopf, gell? Eisenspitzhackenkopf. Gehen wir rüber. Wählen uns die Guderle aus. Einmal herstellen. Okay. Funktioniert nicht. Warum nicht? Weil ich die Taschen voll habe. Was kann raus? Das kann raus. Das heißt, der Bogen ist eine Waffe. Der kommt hier weg. So. So können wir das dann auch nicht lassen jetzt. So können wir das dann aber auch nicht lassen jetzt. Ich finde aber auch, ich finde immer eine Möglichkeit, ein bisschen zu Tetrissen. Ist einfach drin in dem Spiel. So. Da müssen wir die Sägen dann wegmachen. Aber wir haben ja jetzt bald den coolen Sägenbock. Wie kommen wir zu zwei Bögen? Na gut, in dem, was sie gebaut haben wahrscheinlich. Wenn ich gerade unten bin, nehme ich schon mal ein paar Bretter mit. Wie viel kann ich noch? So, hau doch weg. Hau doch weg. Hau doch weg. Hat ja sowieso keinen Zweck. So, jetzt kommt natürlich die Sonne auch wieder zum Vorschein. Alles klar. Machen wir mal gerade die Seite hier. Dann hätten wir mal einen Anfang. Okay, ich habe offensichtlich da schon Bretter drin gehabt. Machen wir es mal bis hierher. Fünf Stück sind es noch. Dann machen wir noch den hier. Und den hier. Dann ist das auch erledigt. Kann das sein, dass das irgendwie... Also gefühlt geht das alles viel, viel schneller, als das mal war. Machen wir gleich noch eine Fuhre, oder? Wenn wir schon dabei sind. Was haben wir denn eigentlich hier für eine Kiste? Ah, okay. Das war Blei. Ich wollte gerade sagen, wie war es jetzt? Habe ich da plötzlich nochmal Material? So, jetzt sollte man dann gleich mal die Decke nämlich anzeichnen können, wenn wir das Ding fertig haben. Und dann oben einmal eine kleine Ladung Zaun drauf. Dann wissen wir, ob das noch was kann, weißt du? Ich weiß noch nicht genau, ob ich es Lager und die Werkstätten übereinander mache. Aber dann brauche ich auf jeden... Es gibt doch jetzt auch Leitern, habe ich gehört, ne? Vielleicht sollten wir uns die mal angucken. Obwohl ich mit der Leiter wahrscheinlich dann nicht in den Wagen komme. Dann müssen wir die Werkstatt oben bauen und das Lager unten. Ich weiß es noch nicht. Jetzt muss ich erstmal das Ding hier fürs Auge fertig machen. So. Wir gehen hinein. Wir schnappen uns die Decke. Und wir setzen die so längs wie möglich, ne? Genau. Genau so nicht. Ich habe sie quer gesetzt. Okay, dann ist nur der hier falsch. Gibt es Schlimmer aus. So, nochmal rein. Dann haben wir... So wäre es gut, ja. So hätte ich es gerne. Gut. 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 Okay. Würde ich sagen, machen wir da auch gleich mal zumindest die Kante weiter. Stop. Ja, aber der gibt auf jeden Fall Gas hier, ne? Oder habe ich eins freigelassen? Einmal, zweimal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah ja, richtig. Ich habe die noch gar nicht fertig gebaut. Ich dachte, wo kommt denn das jetzt her? Ja, das wollen wir natürlich noch kurz machen. Stick und Teil und Eisenspitzhackenbeil. Siehste, jetzt ist es hier vorbei, ne? Jetzt ist es hier vorbei. Muss man mal gucken dann. Der Geräuschwert ist manchmal... Tut sich was. Aber nicht so wirklich viel, gell? Der hebt jetzt schon eine ganze Weile. Wir haben noch nicht einmal ein Geräuschumschwung gehabt. So, die machen wir jetzt noch hin. Und dann muss ich mal kurz gucken, ob ich uns die Kreissäge vielleicht doch aufbaue. Tue ich mich halt auch später leichter mit dem Farmen. Ich würde nur gerne hier... Das hier würde ich gerne sehen mal von vorne, weißt du? Wenn ich da jetzt gleich den Zaun oben anzeichnen könnte, dann hätten wir... Ah, hier sind wir schon. Das ist cool. Das ist cool. Mach die nochmal zurück. Zeichne mal da vorne noch die Decke an, die hier fehlt. Genau. 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 So, jetzt holen wir nochmal Fuhre-Bretter. Ja, das wird schon. Das wird schon. Das fühlt sich jetzt schon richtig cool an. Ich bin gespannt, wann da das Patch kommt. Wo ich hier nicht mehr mit dem Wagen runter kann, ohne dass ich... mir weh tue. Wie schnell das Holz verbaut ist. Ich bin ja echt happy, dass ich hier nochmal eine Ladung geholt habe. So, Bretter haben wir gesagt. Wie habe ich denn die ausgedünnt? Ich mache erst mal das Regal hier klar. Zack. Dann gönne ich mir... ...die letzte Fuhre, bevor wir dann die große Säge bauen, oder? Kann doch sein, dass wir kurz zur Höhle müssen. Schauen wir mal. So. Nameless. Deine Butze. Heute ist viel Liebe für die Butze angesagt. Und als nächstes großes Ausflugsziel wäre dann das Auto, oder? Das große, oder? Nach dem Mike schauen. Mike könnte man auch gucken. Was habe ich denn jetzt die ganzen Geschichten hier noch mitgenommen? Okay, das hat hier überall noch gefehlt. Alles klar, alles klar. Eine Fuhre, Bretter noch. Wie schnell das Material verbaut ist, wenn man es sich mal besorgt hat, ne? Das Material. Schweine. Hehehehe. So. Dann ziehen wir die einmal komplett leer. Dafür habe ich sie ja besorgt. Schawüppel. Oh, komm, wir nehmen nur eine Ladung mit. Gott, ist das schnell verbrauchtes Material. Da muss ich ja fast nochmal so viele hinsetzen, dass es für eine komplette Baufolge reicht. Oder? Jo. Hier fehlen zwei Holzscheit. Die bekommst du. Und hier. Und hier fehlen nochmal drei. Die hole ich mir auch noch. Gut, damit dürfte das mit der Ansicht hier schon mal funktionieren. Dann können wir mal ganz kurz den hier noch bauen, dass wir einmal die Front sehen. Sehr geil. So, habe ich noch welche drin? Einen. Und wie viel brauche ich hier? Einen. So, dann können wir uns... Der hat sich versteckt vor mir. Den muss ich gleich nochmal machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, acht. Einmal raus. Fünfer rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich dachte, ich habe nur einen mehr. So, Leute, jetzt pass auf. Den Zweier hole ich jetzt gleich noch. Können wir ja einmal das Werkzeug gemeinsam einweihen, würde ich sagen. So. Achtung, ich drehe mich nochmal um. Es wird langsam pompöso möso. Alter Schwede. Möso. Naja, das war einfach nur das Reimes wegen. Das hat kein Hintergrund bei mir. Mittlerweile ist ja jetzt auch nicht mehr Frühling, ne? Es ist mittlerweile schon Juli. So, Nella. Gib mir mal das Material. Schubdubidub, didubidu. Und den Zaun habe ich auch vergessen. Den Zaun habe ich auch vergessen. Habe ich keine Bretter? Ich habe jetzt alle... Gut, ich habe noch ein paar Einstecken. Ich habe jetzt alles Material verbaut, was ich geholt habe. Also, das ist der Hammer, wie schnell das jetzt weg war. Aber, so, erstmal hier. Der ist fertig. Und den da. Der ist auch fertig. Das kann dann von mir aus hier rein. Und hier rein. Und dieses Stückchen Decke könnt ihr bei Wittell auch noch wegmachen. Das auch. Jetzt haben wir keine Bretter mehr, gell? So, Leute. Jetzt gucken wir es uns gleich mal an. Die Leiter, Mensch, die habe ich noch gar nie gesehen. Ich muss mal kurz gucken. Das hier ist die Brüstungen, die Türen, die Treppen. Das ist die... Das sind sie. Ach, das sind die Leitern. Und das hier sind die Teile dazu. Warte mal. Die kannst du benutzen, um hochzukommen. Au, äh. Ja, ähm. Hallo, äh. Ja, ausgerechnet den vor der Tür. Den soll es natürlich nicht. Haben wir eine ungerade Zahl? Zwo, vier, fünf. Zwo, fünf. Warte mal, geschwind. Muss ich mir jetzt angucken. Muss ich mir jetzt angucken. Das habe ich noch gar nicht bewusst, Wagner mir. Ich müsste es dann so machen, ne? Weil außen am Rand, da kommst du dann so schief hoch, oder? Da hast du ja gar keinen Laufrand mehr. Ich glaube, ich probiere es mal so in der Mitte. Dann nehme ich das mal ganz kurz hier hin. Boah, das ist ja richtig cool geworden. Jo, gefällt mir. Zehn Sticks und zehn Nägel. Gerade noch elf Stück zum Probieren, siehste. Und zehn Sticks. Das heißt, Holzarbeiten sind für heute durch, weil ich habe kein Material mehr. Ich besorge aber natürlich wieder welches. So. Zehn Sticks. Bin jetzt mal gespannt, wie sich, wie das animiert ist dann, wie er jetzt die Leiter da hochkommen will. Die hängt jetzt hier. Damit komme ich doch zurecht. Ja, gut gemacht. Ja, gut gemacht. Ja, gut gemacht. Und es läuft auch noch super flüssig. Schöne Geschichte. Cool. Freue ich mich. Brüstung. Er brüstet sich mit seiner Brüstung. Das andere mal anzeichnen im Moment. Gut, hier können wir jetzt noch nicht so viel anzeichnen. Dann wären wir dann hier mit der Brüstung. Und ich bin ja der Meinung, dass wir wenigstens noch eine Dachterrasse brauchen. Einfach damit jedes Ding sein Plätzle hat, weißt du. Ganz unten die EG-Gebäude. Auf der einen Seite Küche. Drüben vielleicht später unser Schlafzimmerle. Was weiß ich. Oben drüber ist dann mehr oder weniger Lager. Ganz oben Werkstatt. Und ganz, ganz oben kommt dann später das Gewächshaus. Sommergewächshaus. Machen wir dann aber auch wieder zwei, ne? Nehmen wir es. Hier spackt es wieder. Okay, der spackt jetzt hier wieder rum. Huch, den will ich nicht. Aber den mache ich gleich wieder weg. Der spackt jetzt hier wieder rum. Das heißt, ich muss wieder so rumfahren, ne? Warte mal dazu. Wenn er jetzt hingeht. Ich richte das gerade mal geschwind. Also das wird auf jeden Fall enorm. Und ich möchte das auch so durchziehen. Wir machen uns mal Gedanken, wie wir das rechts mit der Küche dann bewerkstelligen. Bin mir auch noch nicht ganz sicher. Bin mir auch noch nicht ganz sicher. Was ich auf jeden Fall als nächstes bauen möchte, wäre dann schon die Kreissäge. Weil wir brauchen ja auch jede Menge Holz. Die setze ich jetzt im Moment erstmal auf die Straße. Damit wir, ja guck mal, die war ja auch sechs Eisenbahnen, zwei Kobalt, vier mechanisch und vier elektrisch. Vier mechanisch, vier elektrisch. Kann aber sein, dass wir das haben. Zwei elektrisch. Ich habe die im Auto drin, glaube ich, unten, gell? Die mechanischen, Leute. Wo war es, 14 elektrische Teile habe ich? Aber ich glaube, die anderen habe ich schon verballert. Muss ich mal ganz kurz reingucken, ob ich die, ähm... Mechanische Teile aus Eisenbahnen. Ja, da müssen wir halt hier dranbleiben, ne? Mechanische Teile aus Eisenbahnen. Ich nehme an, hier, ne? Ein mechanisches, okay. Jetzt muss ich das mal hier testen. Oh, ich dachte, ich kann da auf der Zahl einstellen, wie viel ich will. Jetzt hat er sie durchgeballert. Aber ist okay. Lichtlevel ist bei sieben. Da müssen wir jetzt dann auch gucken, dass wir den morgen wegschaffen. So, Leute. Wir haben jetzt drin alles bis auf sechs Eisenbahnen. Die lassen wir jetzt natürlich noch durchlaufen. Bedeutet aber auch, dass ich die hier eigentlich nicht mehr brauche. Aber als Relikt der Vergangenheit würde ich sagen, setze ich zumindest hier... Falls ich mal schnell viel brauche, weißt du, dann kann ich die immer noch benutzen. Außerdem ziehe jetzt hier die Seite, wenn wir da noch... Solange wir den Platz hier nicht brauchen, würde ich das mir jetzt hier gönnen. Außerdem kann ich hier dann auch wieder laufen. Dann ist das da vorne auch erledigt. So. Oder? Das stören sie nicht. Man kann sie auch als Brett... Was weiß ich, als super Sonderlager für Bretter... Gerade heute zum Beispiel. Wenn jetzt noch Bretter da wären, würde ich noch ein bisschen was basteln, weißt du. So. Lass mich mal ganz kurz hier reingucken. Da waren auch noch Teile. Die können natürlich jetzt alle gleich mal hoch. Das nehmen wir alles mit. Und ich glaube, ich brauche noch so einen Stein-Extrahierer hier. Ich glaube, dass ich mir noch einen Extrahierer aufbaue für zu Hause. Ich glaube, das mache ich ja. So, die haue ich jetzt mal hier rein. Was haben wir denn hier? Bleierd, hier mal ein Eisen-Erz, ein Kobalt kann rein. Eisen, Eisen. Dann sind wir da auch recht schnell durch. Ich gucke dir das mal an. Dann mache ich da jetzt auch klar. Okay, letzte Fuhre. Lassen wir jetzt hier noch durchlaufen. Hier, der da ist es. So, die mache ich hier rüber. Die Ziegel weiß ich noch nicht. Das wollen wir dann hier und hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Drei Bretter habe ich noch. Alles klar. Hat sich aber gelohnt. Wir sind ziemlich weit gekommen. Bis uns das Material jetzt halt ausging. Das wird gut. Was ich noch nicht weiß. Ich lasse die Werkstatt hier. Ich baue dann das Lager oben auf. Ich würde aber trotzdem gerne. Ich habe das irgendwie. Ich baue da einfach dieses Ding hin. Das kostet halt ein bisschen was. Aber wir kommen ja langsam auch in den Materialfluss. Ich baue das hin. Ich brauche das einfach. Es ist zwar in dem Spiel wurscht, ob du das draufstapelst oder nicht. Der Punkt ist, im Real Life. Eigentlich ist es scheißegal, wie man es macht. Aber ich will es halt so. Ich muss nur gucken, wie ich das schön abmesse. Wenn ich es hier setze. Wie viel kriege ich denn dann da hin? Hä? Oh, der spackt jetzt hier wegen dem Ding rum oder was? Wegen drei Brettern? Momente, muh. Wegen drei Brettern machen wir aber nicht lang rum. Ich muss jetzt wissen, ob ich das durchziehen kann. Ich brauche halt eine Medizinkiste. Bei mir, ihr seht es ja selber. Du findest bei mir nichts, weil ständig alles irgendwo rumhängt. Siehst du, schon haben wir diesen Notfall. Die Lasse liegen jetzt. Geht ja genau auf mit den dreien. Bam, bam, bam. Zack, zack, zack. Ach schön, jetzt bleibe ich hier schon nicht mehr hängen. Ich muss nicht ständig an die Tür denken. Wo war das oben, gell? Also die Leiter gefällt mir richtig gut. Bin ich richtig begeistert. So, nur mal angenommen. Platzierbares Lager, Schalllager. Dieses Lager wird ein... Naja, wisst ihr schon. So, und wenn ich das hier noch setzen will, lappe ich drüben ins Haus rein. Das ist natürlich scheiße. Also kann ich eigentlich auf der Höhe, aktuell nur zwei, drei Stück setzen. Ich setze die dann aber mittig, ne? Ja, die justiere ich dann. Das heißt, das baue ich hier fertig auf dem Morgen. Dann können wir da drüben diese Lagereinheiten hinstellen. Sehr gut. Bretter werden kein Problem, kriege ich vorbereitet. Eisenbarren werden es dann sechs, zwölf, erst mal 18 Stück. Auf der Seite und dann hier nochmal später 18. So, Leute. Dann ist jetzt für heute das Thema erledigt. Dann gehen wir jetzt noch kurz in die Höhle. Müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Das sind ja die... Na, habe ich aber schon einiges jetzt hier, ne? Vielleicht mache ich auch... Vielleicht mache ich auch da einen Haken dran, dass wir morgen noch gemeinsam das Ding gleich sehen. Schauen wir mal. So. Achso, ja richtig. Wir hatten ja vor, die Säge zu bauen, gell? Ja, das wäre super. Dann habe ich ja auf morgen schon... ...leichter, die Matz zu besorgen. So, und die brauchte doch aber, glaube ich, irgendwas, ne? Öl. Ja, gut, das kann ich ja machen. Lass mich mal kurz gucken. Wenn ich die jetzt im Moment... Die Benzinkiste, die kommt hier weg. Die kommt hier erst mal weg. Und wenn ich ihn... Achso, das ist so ein Lappen. Leco, Mio. Nö, oben haben wir gesagt. Aber da muss ich immer mit dem Holz hoch. Das wäre das Dichteste, was ich hinkriege. Dann hängt sie hier rein, ne? Ne, ich suche mir oben einen Platz und es wird darauf auslaufen, dass wir hier die Rampe bauen. Gab es nicht eine neue Rampe? Holzschrägwand. Muss man kurz durchgucken. Das sind die Dächer. Holzgiebel, Dachgiebel, Treppe. Holz, Treppe. Flut, 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 Flutwattenramp. Warte, hatte, tute da. Hä? Was genau? Ach. Ich bin gerade... Ah, okay, okay, okay. Das verstehe ich. Hier ist es deswegen zu hoch. Ich habe die noch nie gebaut. Jetzt bin ich gerade mal am gucken. Also hier snappt sie auf jeden Fall hin wie eine Treppe, ne? Ja, du, äh, Frage. Mal jetzt so eine Rampenfrage hier an der Stelle. Das geht nicht. Das geht dann nicht, oder was? Ich habe gedacht, dass ich die dann auch hier auframpen darf. Sechs Bretter und zwei Holzschreit. Vielleicht kann man aber Rampe auf Rampe setzen. Das müsste ich mal probieren. Was hat er denn, der Gute? Durst. Durst wie ein Fischchen. Weißt du was? Ich flitze mal kurz. Wir haben doch noch Bretter geholt, oder? Schön. Jetzt ist hier richtig weitläufig Platz. Müssen wir mal gucken jetzt. Das muss ja irgendwie noch besser gehen, ne? Hast du, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass der von alleine lumscht hier. Ja, ich habe dich schon gesehen, aber ich esse kein Waschbär. Hast du Glück gehabt? Oh, das Hühnchen ist auch wieder da. Es ist uns also nicht mehr Gram. Hi. Also die Rampe ist ja geil. Das muss ich jetzt mal sagen. Die hat er auch gut hingekriegt. Die gefällt mir richtig. Ah. Rampenmampen. Schlampen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Rampenzugang hinbauen wollen würde, wenn ich jetzt einfach da tierisch Bock drauf hätte, dann müsste ich mir jetzt hier nochmal ein Fundament aufsetzen. Was ich nicht weiß, ob man danach das Fundament abbauen kann, ne? Ich mache mal eine kleine Blende. Meine Idee wäre jetzt Rampe, 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 Fundamente raus. Ich probiere das jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal. Ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt in dem Arbeitsschritt schon machen soll oder danach. Also da darf ich jetzt bestimmt noch eine setzen. Ich dürfte auch eine Treppe setzen. So. Aber ich käme hier trotzdem durch, ne? Und weißt du was? Das würde auch noch gerade gut aussehen für so ein Halbdach. Okay, ich habe kein Material mehr. Ich brauche drei Bretter und drei Dinger. Dann würde ich kurz einmal eine Wagenladung Holz noch mit euch holen. Vielleicht schnappen wir uns mal. Die zwei. Ja, weil dann hätte ich eine direkte Anlieferung. Dann kann ich wieder mein Holz oben bearbeiten. Hätte ich schon Bock drauf, dass das alles oben in dieser offenen Werkstatt jetzt seinen Platz findet. Schauen wir gleich. Gut, die Küche und so. Es ist schon wieder ein Riesenprojekt. Freue mich aber, dass es groß ist. Wie gesagt, es sieht jetzt ein bisschen abgestumpft aus. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass hier rechts das Gebäude auf die Höhe angeglichen wird. Dann ist Gewächshaus drauf. Dieses wird ebenfalls angeglichen. Und dann kommt hier noch ein Aussichtsturm. Sodass das linke Höhe ist und das rechte durchs Gewächshaus besonderer ist. Äh, besonderer, besonderer, sass, sass, sass. Hehehehe. Ja, genau. Wollte ich jetzt auch an der Stelle einfach nochmal dazu sagen, dass auch klar ist, dass es besonderer wird. Junge, Junge. Wenn du dann drüber nachdenkst, was du alles gerade sagen willst, dann überholst du dich selber. So. Wenn ich jetzt... Also das kommt auf jeden Fall weg. Das will ich ja hier nicht. Wenn ich den jetzt abbau, kann es sein, es geht alles flöten. Nö, tut es nicht. Ich habe nicht mal gespeichert vorher. Ich hätte jetzt einfach nochmal Holz geholt. Ja, aber das ist ja mal genialo, malo. Das ist ja mal super. Oh, die wird schnörglig halt dadurch wieder. Das liebe ich doch so. Je schnörgliger... ...d desto mehr wird es in my base. Und da ich ja mit dem Wagen durch diese Tür da durchkomme. So hätte ich dann die Anlieferung. Kann ich natürlich später auch mit Pfosten offen lassen, hier das Teil. Oh. Ich dachte gerade... So, dann käme ich hier hin. Und bin praktisch mit meiner Säge vereint und verschmolzen. Ah ja, so machen wir das ein bisschen. So machen wir das. Oh, das wird ja richtig cool mit der Werkstatt. Sag mal, richtigerweise wäre... Ich setze die jetzt einfach mal hier hin. Die große Säge. Das ist so cool. Da gönne ich uns dann auch ein Ölkännchen morgen, glaube ich. So, dann kann die vor sich hin schaffen, weißt du. Dann haben wir hier die Werkbänke, hier die Schmelzerei. Später wird es dann so sein, dass ich halt viel auch oben weglagere. Bum, bum, bum. Hier ist dann das Lager. Oben drauf kommt dann Dachterrasse-Gewächshaus. So, dass wir im Sommer auch Beete haben, die durch den Regen sich wässern. Und Gewächshaus. Drüben dann Aussichtsturm. Schön. Und dann werde ich irgendwann, wenn ich Muße und Zeit habe, dieses Projekt anfangen, wie wir hier praktisch noch eine Straßensperre dazu bauen. Auf die Bude, fertig, los. War eine super Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke mal, dass ich die Lager fülle. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach morgen den Schleifbock aufbauen. Dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach den Lichtlevel durchjagen wieder. Da kommt dann die kleine Welle. Da müsste ich dann schauen, wie ich das mit den Spikes mache. Was ich aber auch schon überlegt habe. Die Frage ist halt, wenn ich mir jetzt hier, das können wir ja morgen einfach mal probieren. Risiko, physico. Ich baue mir hier in der Ecke was Kleines auf, ziehe eine doppelte Reihe Spikes drüber und hoffe, dass die dann durch mich getriggert auf die Spikes nur gehen. Was ist ja so eine Art Horde Außenstelle? Können wir mal angucken. Aber ich nehme an, die muss halt innerhalb dieses Kreises hier sein. Oh, das wird richtig gut. Stell mir das vor, wie das hinten zu ist. Naja, mal gucken, wie viel Material ich besorgt kriege. Vielleicht kriegen wir morgen noch ein bisschen was fürs Auge. Die Rampe hier finde ich super. Eventuell mache ich die hier auch nochmal hin. Vielleicht mache ich die da auch nochmal hin. Entscheide ich dann, wenn der obere Stock in Betrieb geht. Schauen wir uns morgen an. Das Einzige, was ich jetzt gerade ein bisschen schade finde, aber das könnten wir eventuell aufbauen. Ich hätte diese Eckelemente ein bisschen mehr nutzen wollen. Die hatte ich ja hier, ne? Ja, was ist denn, wenn du... Wenn du... Oben einfach eine Terrasse noch drum rum ziehst, um den Turm. Boah, das würde hier aber wahrscheinlich auch geil aussehen. Wenn ich hier praktisch die Terrasse erweitere. Oh, das könnte eventuell auch nochmal richtig gut werden. Ich habe mich schon verabschiedet, gell? Aber ich bleibe mal noch eben. Ich will was checken. Ich will nur was checken. Dann könnte ich die schmelzen eventuell. Dann könnte man die schmelzen eventuell. Ich glaube, der eine Baum hier, der will ja eh schon die ganze Zeit mal weg. Dass er nachspawnen kann, schön. Komm, das machen wir jetzt noch. Ich will noch kurz was gucken. Dann würde ich das komplett rumziehen. Einer noch. Und den habe ich jetzt gleich gemacht. Ich will nur schauen, ob das oben... Ich glaube, es gab kleine Zaunstücke, gell? Jo, und wenn es nur vorne raus die Terrasse ist. Ich weiß nicht, ob ich sie komme. Das gesamte Gebäude. Jetzt kommt es drauf an. Brüstung. Brüstung offen. Ach, haja. Nee, oder? Ah doch, da gibt es eine gesamte sogar dafür. Haja, geht's. Haja, geht's. Da haben wir dann auch vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich die Wellen dann abzuwehren irgendwann. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Gib mir mal das Lager kurz weg. Den will ich wegbauen. Na ja, Leute. So mache ich das. Das ziehe ich dann hier rüber. Und da drüben dasselbe. Da hatte ich jetzt allerdings... Da muss ich die Rampe nochmal bauen, ne? Und dann kommst du da auf dieser Fläche an. Dann wird das... Ja, das hat ja schon fast ein bisschen was von einem Western-Style. Doch, das werden wir wahrscheinlich so rumziehen. Eventuell da drüben nicht. Weil entscheide ich einfach jetzt die Tage, ob ich das drüben genauso mache, dass es gespiegelt ist. Sieht natürlich dann fürs Auge schöner aus. Und wir dann zwei Rampen bauen. Wahrscheinlich machen wir das so. Du bist nervös. Wir sehen uns morgen. Ich habe mich tierisch gefreut. War eine super Runde. Ich bin mal wieder mittendrin in meinem Projektle hier. Freue ich mich tierisch. Guck dir das an. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Das Einzige, was jetzt hier natürlich doof ist, ist, dass dieser Doppelte, den ich oben gesetzt habe, hier im Prinzip nicht ist, ne? Kann sein, dass ich den Doppelten weg mache. Auf der Außenseite. Nur auf der Außenseite. Seht ihr, was ich meine? Dieses hier, wenn der weg ist, sieht es, glaube ich, besser aus. Guck mal her. Machen wir kurz klar. Okay. Den kannst du dann hier. Jupp. Das wäre dann der da. Ja. Jetzt müsste es gut aussehen. Aufsätze aufsetzen und so. Freue mich auf euch. Bis dann. Bis dann.